Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Donnerstag, genau, Montag, dem 6. Dezember 2021. Heute ist der Geek Talk Daily, 1128. Und wenn euch heute der Sami Klaus nicht abholt, dürft ihr auch morgen wieder die Geek Talk Daily hören oder beim nächsten erscheinen. Die heutigen Themen sind App Store, YouTube, FBI, Twitter, iConnectU und HeyTabHealth. Ich starte gleich mit dem App Store und da gibt es mehrere Neuigkeiten. Wie bei vielen Diensten gibt es natürlich auch bei Apple Rückblicke auf die besten Apps, die besten Spiele, die besten irgendwas in ihrem Ökosystem. Und da sind zum Beispiel bei den besten Spielen 2021 bei den iPhone-Spielen gekauften Minecraft Monopoly und Hitman Sniper in den Top 10. Bei den kostenlosen sind es ein paar anderen Roblox, Subway Surfers und Homescaper. Das sind so die Dinge, die ich kenne oder die Spiele, die ich kenne. Beim iPad sieht es relativ ähnlich aus, egal ob bei den bezahlten oder bei den kostenlosen. Und sicherlich auch interessant ist die Top-Spiele bei Apple Arcade. Das ist das Spiele-Abo von Apple. Da ist bei den Sonic Racing auf Platz 1. Irgendwo drunter ist es auch Oceanhorn 2 und Outlanders ist mit dabei in der Top 10. Gleichzeitig gab es auch die besten Apps, die Gewinner des App Store Award 2021. Und da sind bei den Apps auf dem iPhone Toka Live World von Tokaboka. Dann bei den iPad-Apps ist die App LumaFusion von LumaTouch zu Recht auf dem ersten Platz. Eine geniale Videoschnitt-App fürs iPad. Macht auf dem grossen iPad richtig Spass damit zu schneiden und Videos zu bearbeiten. Beim Mac-App ist es die Craft von LukiLabs. Beim Apple TV ist es die Dazzn-App von der Dazzn Group. Und bei der Apple Watch ist es die Carrot-App. Die muss ich mir mal ein bisschen genauer anschauen. Ist eine Wetter-App. Aber nee, ich habe ja mein eigenes Wetter. Bei den Spielen ist es League of Legends. Beim iPhone, beim iPad ist es Marvel und so weiter und so fort. Wer sich die Einzelnen anschauen möchte, auch schön nach Ländern geordnet, der kann das natürlich tun. Auch gibt es bei YouTube wieder mal eine Top 10. Und da ist, zumindest für Deutschland, Rezo, die Zerstörung Teil 1, Inkompetenz, auf dem ersten Platz. Alles andere, ach doch, MyLab ist noch interessant. Und was haben wir noch? Joko und Klaas, 15 Minuten. Pflege ist nicht selbstverständlich. Auch das sollte man gesehen haben. Auch gibt es eine Top 10 bei der Musik, die aktuell so durch die Äther geblasen werden. Oder eben über YouTube-Presse gesagt. Ist einiges dabei. Sagt mir nicht allzu viel. Wahrscheinlich, wenn ich es hören würde. Aber ja. Genau. Wo geht es weiter? Bei Messengern und Sicherheiten. Nun ist ein internes Dokument von der FBI rausgeflattert, in der sie beschreiben, welche Messenger, welche Daten, worüber, wie rausgeben. iMessage, Line, Signal, Telegram, Frima, Viber, WeChat, WhatsApp und Wicker sind da mit dabei. Und da wird schön aufgelistet, welche dieser Daten nach aussen geben und welche nicht. Wenn es interessiert, gerne nachblättern. Aber ich glaube, ihr könnt euch sicherlich erahnen, welche das denn da sind. Man muss natürlich auch immer bei solchen Diensten und bei solchen Listen sehen, um wen es geht. Hier geht es um amerikanische Bürger in amerikanischen Ländern. Somit dann auch eben, wenn Amerikaner von amerikanischen Dienstleistern Daten haben möchten, bekommen die das mit richtigem Schluss sicherlich deutlich einfacher, als wenn sie das über chinesische Anbieter tun. Auch umgekehrt gilt das natürlich. Wie immer. Nichtsdestotrotz möchte man in Deutschland mehr die Verschlüsselung aufweichen. Denn ja, Verschlüsselung ist toll, Verschlüsselung ist schön. Man kann sich schreiben und niemand bekommt es mit. Es kann wirklich niemand mitlesen, wenn man dann den richtigen Messenger nutzt und auch die Verschlüsselung aktiviert hat. Aber das ist einigen deutschen Innenministerien ein Dorn im Auge und das möchte man aufhebeln und ein bisschen zurechtbiegen. Finde ich nicht toll. Bitte denkt nochmals darüber nach, liebe Innenminister. Denn auch ihr habt sicherlich das eine oder andere, was ihr nicht irgendwo in irgendwelchen Medien drin haben möchtet, wenn man solche Dinge nach aussen dringen. Jack Dorsey ist ja in der letzten Woche von Twitter zurückgetreten, also von seinem CEO-Posten bei Twitter. Sein Nachfolger heisst Parag Agrawal und ist schon seit mehr als zehn Jahren im Betrieb tätig, hat schon einiges miterlebt und möchte deshalb auch stark umstrukturieren. Man möchte schneller, gewandter und einfacher werden, projektorientierter. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze ändern wird und wo Twitter hingehen wird in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren. Wie auch immer. iConnect Hue ist eine extrem geniale App auf dem iOS und iPadOS-Plattform, um seine Philips Hue Geräte zu steuern. Ich mag die App und würde sie nicht mehr missen wollen. Mit der kann man ein bisschen mehr einstellen, ein bisschen schönere Geschichten machen, ein bisschen einfacher Geschichten machen als eben über genannte Philips Hue App. Wer sich mal damit auseinandersetzen möchte, nun gibt es die Möglichkeiten, Szenen mit der Gradientmöglichkeit zu steuern, Timer einzubinden, Schalter kommen und gehen, Aktionen mit reinzunehmen und auch per Drag & Drop funktioniert die Gradientleuchten genauso. Finde ich sehr praktisch. Ein stimmiges Update auf die Version 4.8. Wer es noch nicht ausprobiert hat und es schon hat, bitte ausprobieren. Ich finde es toll, wie gesagt. Dann habe ich noch mein Video zu der HeyTab Health, eine Oppo-Fitness-App gemacht und online gestellt. Wer mag, darf das gerne sich mal anschauen. Link, wie immer, in den Shownotes auf www.geektalk.deily.geektalk.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens. Das war es mit der heutigen Episode. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.